Du musst jetzt zurück in dein scheiß Kaff! Ich hör sie jetzt schon reden, am Sonntag nach der Kirche. Der Führer, der Schwuchtel ist, der Schwänze lutscht, der Arsch ist da sie ficken, wenn sie sagen! Das kann dir doch egal sein, was andere sagen! Dir kann's egal sein! Du musst sie ja nicht sehen! Haben Sie das verstanden? Jawohl, Herr Wastmeister!